Der BVB setzt seine Siegesserie fort, indem sie mit 2 zu 1 das Topspiel am Freitagabend gegen RB Leipzig für sich entscheiden konnten. Das Heimspiel der Dortmunder war schon so ein bisschen ein Spiel von zwei Halbzeiten, vor allem wenn man die Herangehensweise der Dortmunder betrachtet. Allerdings gab es schon einen kleinen Schock, bevor das Spiel begann, denn der herausragende Rückhalt bis jetzt in dieser Saison, Gregor Kobel hat sich beim Warmmachen verletzt, man hat jetzt noch keine näheren Infos, wie lange er ausfällt. Diese Woche ist ja das wichtige Spiel gegen Chelsea, also da drücke ich auf jeden Fall mal die Daumen. Aber man hat ja auch eine recht solide Nummer 2, zumindest heute hat es Alexander Meyer gut gemacht, hat mir vor allem mit dem Ball am Fuß gefallen, hat sich da viel getraut, auch mal einen guten Chip über den Gegner drüber gespielt und sich da auf jeden Fall nicht gescheut, auch mal den Risikopass zu spielen und das Ganze hat sich am Ende ausgezahlt. Auch die langen Bälle waren definitiv nicht schlecht. Spielerisch gesehen war es in der ersten Halbzeit so, dass RB Leipzig früh vorne drauf gegangen ist, wirklich mit Mannbezug vorne gepresst hat. Wir sehen es auch hier auf dem Bild, Nkunku auf den rechten IV, Silva auf den linken. Forceback stellt dann eben Can zu und dann ist eben links, wie wir es hier noch sehen, Schlager auf den Rechtsverteidiger, wenn sie daraus gespielt haben und auf der anderen Seite ist Soboschlei zu Rüasson, wenn zu dem gespielt wurde. Bei Dortmund hat sich dann halt eben, wie wir es jetzt aus den letzten Spielen auch schon gewohnt sind, Emre Can, der ja als Sechser nominell startet, oft inzwischen die zwei Innenverteidiger reinfallen lassen und dann hat man im Aufbau quasi so eine Dreierkette gehabt. Wir sehen es jetzt auch hier, hinten die Dreierkette und dann halt eben die Offensivformation. Man hat sich mit Özcan für eine defensivere Variante entschieden, der dann eben neben Bellingham gespielt hat. Die Außenverteidiger haben jeweils für die Breite im Spiel gesorgt und dann konnten eben die nominellen Flügelspieler, in dem Fall Reus und Brandt, eben zentral in die Mitte einrücken und dann eben auch gute Tiefenläufe starten, wie jetzt in dem Fall Brandt. Das war nämlich die Situation zum 1 zu 0, das dann aber letztendlich wegen einem Handspiel aberkannt wurde. Dortmund hat es hinten raus, aber trotzdem Pressing wirklich gut gelöst, hatten eigentlich kaum Ballverluste bzw. keine, wo danach wirklich gefährliche Situationen entstanden sind. Und das hat man auch gut gelöst mit Emre Can, der ist dann ab und zu, hat sich mal höher positioniert, um halt eben seinen Gegenspieler, der ihn zustellen soll, auch rauszuziehen. In dem Fall eben André Silva und wir sehen es hier, somit verschafft er halt den anderen Innenverteidigern mehr Platz und auch der Torwart kann dementsprechend mitspielen, weil da hat man mit Maier einen, der auf jeden Fall nicht schlecht am Ball ist, sondern sogar relativ gut. Und mit Allaire hat man nun halt eben auch einen Stürmer vorne drinnen, der auch mal lange Bälle festmachen kann, was auf jeden Fall auch immer mal ein gutes Mittel darstellt, um sich hinten raus zu befreien. Dortmund selbst hat eigentlich kaum wirklich sehr hoch gepresst, vielleicht mal gelegentlich, wie wir es hier sehen können, wenn man halt mal vorne den Ball verloren hat, ist man angelaufen, aber ohne wirklich klares Konzept, weil die meiste Zeit war man in einem Midblock, also ja schon zurückgezogen, aber eben nicht ganz tief und so, dass man halt eben schon noch aktiv angelaufen hat von einzelnen Spielern, aber halt nicht ganz so hoch. Hier sehen wir es auch gut, meist war das dann in einem 4-1-4-1, wo dann eben Emre Can allein auf der 6 ist und eben eine 4er-Kette hinter und vor sich hat und dann halt eben Allaire noch vorne drin als erster Anläufer. Hier sehen wir dann eben auch, wie es die Leipziger gespielt haben, nämlich immer zwei in einer Reihe, die Innenverteidiger, die 6er, die 2-10er und die Stürmer und eben die Außenverteidiger, die dann eben für die Breite im Spiel sorgen, in dem Fall Halstenberg links und Henrichs rechts. So hat sich dann auch der Großteil des Spiels in der Dortmunder Hälfte abgespielt, auch weil Dortmund, wenn sie den Ball hatten, eher einen tiefen Ballbesitz hatte und sich dann halt eben durch ein schnelles Umschaltspiel nach vorne gespielt haben und halt eben auch gute Bälle in die Tiefe gespielt haben, wenn da mal einer eingestartet ist. Vor allem Brandt hatte da extrem gute Laufwege, leider ist er halt nicht der allerschnellste und generell hat offensiv heute so ein bisschen das Tempo bei Dortmund gefehlt. Ich meine, Allaire, Brandt und Roy sind jetzt nicht die allerschnellsten im Vergleich zu dem, was man da sonst noch aufbieten könnte. Springen wir dann rüber in die zweite Halbzeit, so hat sich das ganze Spielgeschehen schon so ein bisschen gewandelt. In der ersten Halbzeit war es schon relativ ausgeglichen, wobei die besseren Chancen sogar eher auf der Dortmunder Seite waren und in der zweiten Halbzeit wurde der BVB dann ziemlich passiv. Wir sehen zum Beispiel auch hier, da ist dann Chan ein bisschen tiefer. Also generell hing die Defensive-Formationen immer von Chan ab. Es konnte sein, dass man einen 5-4-1 hat, wenn er sich hinten reinfallen lässt. Dann halt eben auch einen 4-1-4-1, wie vorhin gesehen. Oder halt eben auch mal einen 4-5-1, wenn er vorne in die Mittelfeldreihe mit reingeht. Also das hing dann immer von ihm ab. Und natürlich auch immer so ein bisschen von der Positionierung der Gegenspieler. Somit hatte man in der zweiten Halbzeit dann, was das Spielgeschehen betrifft, eigentlich nur noch hohen RB-Ballbesitz. Zunächst hatten sie bis auf die Silva-Außenrisschance eigentlich kaum Ideen gegen den tiefen Block von Dortmund. Dann aber hatte man halt doch zwei Drangphasen, weil wenn man so lange um den 16er drumherum spielt, wir sehen es hier, Dortmund relativ tief. Und da kreiert man sich dann halt irgendwann die Chancen. RB hatte zwei Drangphasen. In der ersten fällt das Tor. Und bei der zweiten, die ja dann in der Nachspielzeit schon ist, trittet dann halt eben Nico Schlotterbeck auf der Linie mit der Schulter. Geisteskranke Tat gegen Timo Werner und somit eben auch den Sieg für die Dortmunder, die somit mit drei Punkten Vorsprung vor den Bayern an der Tabellenspitze sind, die natürlich noch nachziehen können. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement, gegen ein Top-Team wie Leipzig einen Sieg einzufahren. Am Ende wäre der Ausgleich definitiv verdient gewesen. Aber Dortmund zeigt einfach, dass sie jetzt auf einem ganz anderen Level sind. Vor allem was so die Mentalität, generell die Einstellung, der Kampf und der Wille zu siegen betrifft, da sind sie einfach auf einem ganz anderen Niveau aktuell. Und mit der Siegesserie haben sie natürlich auch ein bisschen einen Push im Rücken, der ihnen Kraft gibt. Und ich sehe es gerne. Mittlerweile spielen sie auch echt guten Fußball, muss ich sagen. Und ich drücke die Daumen, dass sie es so weiterführen können. Und ja, was sagt ihr zu meiner Analyse? Habt ihr noch irgendwas anderes zu ergänzen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So.